Unglaublich. Die Bundesregierung hat erneut Schlagzeilen gemacht, diesmal durch das Auswärtige Amt und Außenministerin Annalena Baerbock. Ein Haushaltsmanöver sorgt für heftige Kritik, da damit trotz des ausdrücklichen Willens des Bundeskanzlers und anderer Regierungsvertreter die Finanzierung von Seenotrettungs-NGOs weiterhin ermöglicht wurde. Dieser Schritt wirft Fragen zur internen Kohärenz der Regierungsarbeit auf. Berichten zufolge wurden ursprünglich 24 Millionen Euro für internationale Aktivitäten von zivilgesellschaftlichen Gruppen bereitgestellt. Diese Mittel wurden jedoch umgebucht und in den humanitären Hilfsfonds überführt, der insgesamt 2,2 Milliarden Euro umfasst. Laut Kritikern ist dies ein üblicher Trick, um umstrittene Ausgaben zu verschleiern. Diese Finanzierung stößt insbesondere in Italien auf Widerstand. Premierministerin Giorgia Meloni hatte bereits letztes Jahr Kritik geübt, dass Deutschland ohne Abstimmung mit der italienischen Regierung NGOs finanziere, die irreguläre Migranten nach Italien bringen. Meloni sprach von einem indirekten Angriff auf die Souveränität Italiens. Auch in Deutschland selbst ist der Unmut groß, insbesondere von Seiten der FDP und der Opposition. Die Regierung steht damit unter Druck, da einerseits ein harter Kurs gegen illegale Migration proklamiert wird, während andererseits Organisationen unterstützt werden, die laut Kritikern das Schleppergeschäft begünstigen. Während Kanzler Scholz und Innenministerin Nancy Faeser sich öffentlich für eine Verschärfung der Abschiebepraxis aussprechen, zeigt dieser Vorgang eine deutliche Diskrepanz innerhalb der Regierung. NGOs, die sich der Seenotrettung widmen, geraten vermehrt in den Verdacht, ungewollt das Schlepperwesen zu fördern. Dies sorgt für eine zunehmende Polarisierung in der deutschen und europäischen Migrationspolitik. Zusätzlich heizt die Förderung von NGOs, die Anleitungen zur Verhinderung von Abschiebungen bereitstellen, die Debatte weiter an. Die Plattform Handbook Germany gibt beispielsweise klare Hinweise, wie sich Menschen gegen ihre Abschiebung wehren können, teilweise sogar mit aktiven Widerstandsmaßnahmen im Flugzeug. Gefördert wird dieses Projekt unter anderem durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, was die Kritik an der widersprüchlichen Haltung der Regierung weiter verstärkt. Insgesamt zeigt dieser Vorgang, dass die Regierung ihre Aussagen über die Bekämpfung illegaler Migration und die tatsächliche Unterstützung von NGOs, die diesen Prozess unter Umständen erschweren, nicht in Einklang bringt. Es bleibt abzuwarten, wie die Bundesregierung auf die zunehmende Kritik reagiert und ob dieser erneute Skandal langfristige politische Konsequenzen haben wird.